Jo, hier kommt ein neues Video von Coco. Ja, ich hatte mir jetzt ein bisschen durchgemacht. Ich hatte ein bisschen durchgemacht. Und ja, es ist schon 50 km. Die drei habe ich geschafft. Den Einzug habe ich leider verloren. Ja, ich hatte auch ein paar Mauer. Ich habe gleich mal hier. Hört mal gucken. Ja, die Mauer habe ich auch noch gehabt. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Und könnte ich... Hey! Aha! Woah! Ah! Woah! Woah! Okay. Können wir hier mal an den Anker fangen schauen. Ja, ich habe hier mal an den Anker fangen. Warte mal was. Warte mal was. Und den Giftzauber auf 2. Gucken wir mal. Ja, das war her. Ist das hier? Drei mal an den Anker fangen. Ist das hier? Ich bin hier mal, wie ich mich verspannter erholt. Ich habe den Körner gefeiert. Ich habe den Körner gefeiert. Die zweiten. Den ersten hat er noch. Jetzt den zweiten zu. Ich wollte mal versuchen den König durchzuzünden. Naja. Jetzt haben wir 50 auf den Armee. Jetzt machen wir einen kleinen Cut. Ja, ich habe meine Toppen noch nicht gejammt. Also ich bin noch nicht fertig. Aber warten wir noch schnell ab. Wie wir noch gleich schnell etwas verbessern. Warte mal. Ich kann mir mal kurz das machen. Ich kann mir mal kurz nachdenken. Ich kann mir mal kurz nachdenken. Und über die Karte. Ich kann mir mal kurz nachdenken. Ich kann mir mal kurz nachdenken. Wir sind noch nicht fertig. Aber warten wir noch schnell ab. Machen wir einen kleinen Cut. Und später. Ja, Leute. Jetzt müssen wir noch schnell die Bogenschützen machen. Und dann können wir schon einen Angriff machen. Ich bin gerade vorbei und bin gleich dran. Und noch nicht später. Und jetzt ab in den Angriff. Ja, okay. Nein, machen wir einen besseren. Ich stelle nicht meine Truppen. Ich will noch gucken. Nee. Darf nicht. Geht nicht. Nee. Vor allem will ich einen stärkeren Pegel haben, damit ich auch noch ein bisschen sitzen kann. Ich will noch eine Mauer auf dem Weg. Ich will noch was hier machen. Es fehlt irgendwie Grafik, wenn ihr in Mauern möchtet. Nein. Es gab keine Minenwerfer. Machen wir einen schönen Cut. Ja, und wir haben einen Pegler gefunden. Ein Rathauspieler. Genau wie ich gewollt habe. Aber wir gehen jetzt mal vorne. Vorne. Also hier. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, ah. Oh, 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 oh. So, like, oh, 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 oh. First time we needed to run into the past. Ja Leute, das was mit meinem Video, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss!